Hallo! Heute ist Nikolaustag. Und guckt mal, was ich hier habe. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Bischofsmitra, ein Bischofshut. So einen, wie der Nikolaus auch auf hat. Komm, wir singen zusammen ein Lied über den Nikolaus. Sei gegrüßt, lieber Nikolaus! Der Nikolaus ist hier, schon klopft es an die Tür. Wir rufen laut herein, da tritt er bei uns ein. Sei gegrüßt, lieber Nikolaus, wieder gehst du von Haus zu Haus. Alle Kinder lieben dich, warten schon und freuen sich. Teilst du dann deine Garen aus? Dankeschön, Dankeschön, lieber Nikolaus! Der Nikolaus ist hier, hat jemand Angst vor mir? Wir rufen ganz laut, nein! Dann komm ich gern herein. Sei gegrüßt, lieber Nikolaus! Wieder gehst du von Haus zu Haus, wieder gehst du von Haus zu Haus. Alle Kinder lieben dich, warten schon und freuen sich. Teilst du dann deine Garen aus? Dankeschön, Dankeschön, lieber Nikolaus! Du bist ein lieber Mann, das sieht dir jeder an. Siehst wie ein Bischof aus, wie Bischof Nikolaus. Zwei gegrüßt, lieber Nikolaus, wieder gehst du von Haus zu Haus. Alle Kinder lieben dich, warten schon und freuen sich. Teilst du dann deine Garen aus? Dankeschön, Dankeschön, lieber Nikolaus! Der Bischof Nikolaus, teilt einst die Garen aus. Du machst es jeden so, drum sind wir Kinder froh. Sei gegrüßt, lieber Nikolaus! Wieder gehst du von Haus zu Haus. Alle Kinder lieben dich, warten schon und freuen sich. Teilst du dann deine Garen aus? Dankeschön, Dankeschön, lieber Nikolaus! Lass du dann weitergehen und sagst auf Wiedersehen. Gehen wir mit mir zur Tür und alle winken wir. Sei gegrüßt, lieber Nikolaus! Wieder gehst du von Haus zu Haus. Alle Kinder lieben dich, warten schon und freuen sich. Teilst du dann deine Garen aus? Dankeschön, Dankeschön, lieber Nikolaus!